Im vorletzten Kampfer des heutigen Abends treten nun jeden an der Art Scheldi Tilli für den Eis zu Rückenbach und Timo Hötstein für den Ebenolterbach, gerungen für den Freien Stil in der Gewichtsklasse, 74 Kilogramm A. Der Sponsor dieses Kampfes ist sein Bruder Björn Friedl. Der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor! Der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor! Der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor! Der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor, der Sponsor! Geht's go! Südkater! 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 Hooray! Und jetzt könnt ihr mal die ganze Ate, Johan! Schon der Sieger in der Fall, die Unwählen für den Jungen auf dem Tisch! Sprecher! Oh, oh! Schatz! Sprecher! Du hast gewohm! Sprecher! Das wird's immer Keyes, die betreft aber uns.